im heutigen video werden wir was krankes bauen. ihr könnt es vielleicht schon erahnen, wenn ihr vielleicht das fanbler gesehen habt. ich verpicke einfach das fanbler. auf jeden fall leute, ich gönne euch das video, lasst unbedingt eine positive bewertung sein, abonniert den kanal und ist auch viel spaß mit dem video. herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft underground und heute bauen wir auf jeden fall unsere wunderschönen base weiter und wir sind level 98 und ich möchte heute in der folge auf jeden fall noch level 100 werden. darum gehen wir in nether und farm mal ein bisschen. wir sind kurz vor level 99, wenn ich jetzt diesen block abbaus sind wie level 99. ich sagte ja tada. ja jetzt muss ich noch kurz noch ein level farm. unsere letzten level. wir sind level 100 und jetzt bauen wir noch kurz ab. und die letzte kurze. oh wie geil. einfach level 100 und jetzt müssen wir nur noch in die overworlds. und dann habe ich eine idee. so ich habe jetzt hier noch kurz noch die schalker box ich einrollen muss. hier habe ich einmal sehr viel sand drin, aber darum geht es nicht. wir bauen nämlich eine enderman farm und wir noch mehr xp fahren können, weil ich will mich noch so krass hochleveln. wenn es euch gefällt, dann könnt ihr unbedingt eine positive bewässerung da lassen und unbedingt den kanal abonnieren, da ich möchte noch in diesem sommerferien, also in den nächsten fünf wochen 400 abonnenten erreichen. also abonnieren und ja, dabei brauche ich mal die enderman. ich hatte fast die blätter vergessen, aber warte mal, es regnet, da muss ich euch mal was zeigen. tada. ja, rtx shader. fragt einfach nicht, warum ich damit spielen kann. ich habe keine rtx dran. nein, ich sehe das falsch. ja, ich sehe doch mal geil aus, so mit den tropfen am boden. so lasse ich jetzt einfach mal spielen. und wir gehen ins end. so, und wir müssen jetzt 128 blöcke in die richtung bauen. euer also zum Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020